Ich bin Nikolas, ich bin 25 Jahre alt, ich komme eigentlich aus Bremen, bin vor ungefähr drei Jahren nach Stenna gekommen, um hier Rehabilitationspsychologie zu studieren und ja also ich bin unter anderem deshalb auch nach Stenna gekommen, weil es ja so in der Form nur hier auch studierbar ist, also diese enge Verzahnung sozusagen von Psychologie und der Anwendung eben dessen, was man dann lernt und bin absolut zufrieden also mit dem Studium, wie es aufgebaut ist und was es auch an Möglichkeiten mit sich bringt. Also wir sind relativ früh im Studium, also ab dem dritten Semester konkret mit Praxis konfrontiert und müssen dann auch recht früh schon Praktika machen, was einem die Möglichkeit auch gibt, recht früh auszuloten, wo man sich vielleicht später dann im Beruf sehen könnte. Ja, ich glaube, der Unterschied ist vor allem auch der, dass die Studenten hier stärker als wahrscheinlich anderswo die Initiative so ein bisschen in die eigene Hand nehmen müssen, also so fällt auf, dass es hier halt viele Vereine gibt, die irgendwie selbst organisiert laufen, die selbst verwaltet laufen und die Dinge, die dann hier stattfinden, tatsächlich auch von den Studenten selbst organisiert werden und ich glaube, das ist schon auch etwas, was es anderswo so in der Form nicht gibt, also dass Studenten, gerade weil es eben nicht so ein starkes Angebot gibt, stark dazu angehalten sind, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und das ist, glaube ich, etwas, das das Studentenleben in Stendal auch sehr charakterisiert, also Eigeninitiative und Selbstengagement.